Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit, ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen an, denn der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages merkst du, ey, ist hier das Alphatier Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skylands am Start Ganz so wie eine kleine Runde, Let's Play Isolation Und ich mag nicht mehr Ich hab mir nochmal die Wiederholung von mir selber angeguckt und hab mir gedacht, boah So eine kleine feige Ratte Na los Ich werde das Alien zeigen, wer hier der Boss ist Und das Problem ist, unser Buddy wurde ja gerade getötet Axel, oder wie er sich nennt Und wir sind gerade so dem Alien entkommen, in dem wir hier dieser Station gefolgt sind Ich hab gehört, dass bei einigen, weil sie diesen Teil hier nicht gefunden haben Dass Alien aus dem Schacht Schnauze Aus dem Schacht rausgekommen ist Und ihn nochmal fast gekillt hätte Also sprich, man kann an dieser Stelle auch sterben Ach nö Äh, die ist verschlossen Wir haben jetzt zwei Treppen nach hoch Nach hoch Kaution, ja Ja, ja, ja Kaution nämlich auch Ne Den Transit rufen wir jetzt bestimmt nicht Da gehe ich bestimmt nicht Hallo Was ist das? Achso, das war das Teil hier Scheiße Denn das Alien uns nicht hört, wenn wir uns verstecken, ne Dann weiß ich aber auch nicht Alter, das sind meine Tritte Aber ich hab jedes Mal das Gefühl, dass da noch einer ist Oh man, jedes Geräusch hat sich jetzt anders Was sind da Schritte Raum Ist ein Aufzug Oh, was haben wir denn da? Schrott, yeah Wir haben Schrott gefunden So ein Verstecken halten Wir wollen uns nicht verstecken Wir sind männlich Okay, wir sind eine Frau Aber das ist jetzt eine andere Sache Wir entschuldigen uns für die Verspätungen Ja, dafür würde ich mich auch entschuldigen Scheiße auch, dass hier irgendwas hier Durch die Gegend hockt und mich töten will Ich glaube, den Schutz braucht keiner mehr Nutten Sie neue Verkabelung, um Systeme in unliegenden Bereichen ein- und auszuschalten System teilen sich eine begrenzte Stromversorgung Systeme auszuschalten, stellt den Strom zur Verfügung Und andere auszuschalten Er ist zum Einsehen der Karte auf der rechten Seite Auf der die Position von Five Nights at Freddy's oder was hier? Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll Ah! Lautsprecher kann aus Instabiles System Instabil hört sich immer gut an Ich hab keine Ahnung, was Ich fühle mich irgendwie sicherer, wenn ich ein Medikin in der Hand habe Dann kann ich Mengen von Leuten töten Ich hab Medikin! Darum mein deinem dazu steht Ich hab doch jemanden gehört Wir gehen erstmal woanders lang Deine umscheint Eine generfte Dame zu sein Alter, ich seh gar nichts Hallo? Hallo? Will ich hier sein? Was für ein scheiß? Bin ich hier gelandet? Okay, Freunde, ich hab mich verlaufen Ähm Ich geh mal geduckt Ich weiß nicht, ob die Dame mir Freulich Erwogen ist Nein! Lotte, geh drüben! Was? Nein, hier ist keiner! Alles cool! Ich will nur spielen! Mein Ohr juckt Aber das könnt ihr zum Glück gar nicht sehen Egal Ähm Die Hinne Mit die Verstärkung? Hallo? Ha, wenn ich auf der Zugreife kann mich nichts sehen Nichts angreifen Oh Attackiert Oder geht's gewaltig runter? nein 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 ich gehe zum fucking aufzug dann könnte ich mich mal okay wir scheinen anscheinend jetzt das wichtigste und wo muss ich hin die sind da nein 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 ihr müsst mich nicht töten wirklich nicht scheiße wollte nein was nicht was nicht und tschüss man ich muss jetzt wirklich nach unten also die scheiße geht nicht auf ey das könnte nicht von mir verlangen leute das überrascht mich in der mittel bin der mittel schrott kann ich nicht mitnehmen kein fucking plasmaschneider ich hab nicht mal einen revolver verdammt noch mal verpest dich du blöde futzer dass ven haste und ... ... ... ... ... 3 Ich gehe doch weg! Nicht geht's hier lang. Wenn hier nicht jemanden umbringen würde, der hier ein Schiff zur Verfügung stehen hätte, dann könntet ihr überleben. Oh scheiße. 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 Alles cool. Alles gut. Geh weg. Oh, der geht wieder runter. Gott, er kommt näher. Bist du dich sicher? Ich nehme dich nicht so gut. Das war scheiße knapp, ey. Das war scheiße knapp, ey. Lass mich raus hier. Lass mich raus. Hey, ich glaube sie ist nach unten. Nein, 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 nein. Ich bin nicht nach unten. Ich bin nicht nach unten. Ich bin nicht nach unten. Genau, hör auf das Mädchen. Geht woanders lang. Alles cool. Ihr geht nach oben. Ich gehe nach unten. Tschüss.